Wie neues Leben aus Eiern entsteht, das können derzeit die Besucher des Naturkundemuseums Reutlingen verfolgen. Denn hier erblicken flauschige Küken erstmals das Licht der Welt, ausgebrütet im Schaubrüder des Museums. Denn hier steht über die Feiertage der letzte Schlupf der Saison an. Je nach Rasse kommen unterschiedlich gefärbte und verschieden große Küken zur Welt, die ihre ersten Tage in zwei großen Laufarenen im Museum verbringen. Eingebettet ist das Ganze in eine Sonderausstellung rund um Küken, Eier, Nester und eierlegende Tiere. Noch bis zum 16. April sind die Küken im Museum zu sehen, dann geht's zurück auf den Hof ihrer Eltern und Großeltern.